Und damit willkommen zum letzten Challenge Part hier in Mario Kart Wii. Heute bin ich mal nicht im Custom Tracks Launcher, sondern im ganz normalen Spiel, weil sich die Spiegel Tracks im Blitzkampf bei mir komischerweise immer aufhängen. Frag mich nicht warum. So, und weil heute der letzte Part ist, spielen wir einfach mal was ganz Verrücktes, nämlich den Mii. Aber nicht irgendwie, sondern mit Kart, Automatiksteuerung und wie ihr hier auch schon seht, einhändig. Wir fahren heute nur mit der linken Hand. Ich bin zwar Rechtshänder, aber scheiß drauf. Ja, Automatiksteuerung deswegen, weil ich es wohl kaum schaffen würde, da hinten auf Driften zu kommen. Bin mal gespannt, wie es wird. Die Hauptschwierigkeit wird ja, dass ich keine Stunts machen kann dadurch. Ich kann keine Powerblöcke abwehren. Ich kann natürlich nicht driften. Und ich muss es irgendwie hinkriegen, immer A gedrückt zu halten. Mit meiner linken Hand ebenfalls. Also sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so schwierig aus, aber sobald Items ins Spiel kommen dann oder viele Rampen, wird es dann schon etwas schwieriger. Bra, Satz mit Exit Barbo. Nix, danke dafür. So, und irgendwie muss ich mich jetzt wieder nach vorne arbeiten. Kann ich natürlich jetzt hier die Abkürzung nehmen. Sehr schön. Und der Vorteil auf dieser Strecke ist, es gibt keine Rampen. Da habe ich mir die Challenger für den richtigen Cup aufgehoben. Sehr schön. Und irgendwie, ja, ist es ungemütlich mit meinem... Fuck it. Zeigefinger immer so runterdrücken zu müssen. Ich habe Angst, dass es dann gleich verkrampft. Da habe ich um ehrlich zu sein jetzt keinen Bock drauf. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Mi-Stimmen in dem Spiel komplett cringy finde? Ich glaube aber, das ist selbsterklärend. Oh Gott, da passt man aber mal gerade so durch. Hilfe. Oh Gott. Irgendwie verkrampfe ich mich da wirklich drauf. Und so wirklich angenehm ist es auch nicht. Muss man ja schon sagen. Gut, dass ich zwischen den Runden kurz Pause machen kann. In meinen... Ein Vorteil, fuck it. Ich wollte da ausweichen, aber... Das hat mich dann leider die Kurve gekostet. Fick dich, Knochen-Trocken. Das war jetzt echt unnötig. Nein, ich würde ihn gerne nochmal treffen, aber das wird nichts mehr. Scheiß, Waluigi! Was soll denn der Scheiß? Na, jetzt sind wir nur fünfter. Ich glaube, das wird schwierig mit dem Gold-Pokal. Aber auch zum Teil aufgrund der eigenen Dummheit. Muss man ja schon sagen. So, wir sind auch insgesamt da natürlich eine fünfter. Oh Gott. Das kann ja was werden. Jetzt muss ich mich gut zurückkämpfen. Ich mach's, glaube ich, jetzt lieber mit. Oder? Komm, ich mach's so. Lol. Sieht zwar vielleicht noch beknackter aus und ich kann kaum loslassen, ohne dass ich dann schnell wieder draufkomme. Also abbremsen ist da nicht. Aber ansonsten kann man das mal so machen. So perfekt. Die drei Pilze sind zwar hier sehr gut bedient. In Peach-Schloss-Garten. Können wir immer schön die Shortcuts nehmen und im Notfall auch mal einen Stachy dodgen. Mit einem Pilz. Nicht mit einer Kanone. Grüßt, hußt. Grüße gehen an der Stelle raus an Alex. Nicht an den Alexander Vitor. Ich stoppe jetzt hier keine Names. Also nicht an den Alexander, der immer dabei ist, sondern an den Abla. Der immer kommentiert. Also, Alexander Vitsch. Wir haben zwar schon oft genug Namen gedroppt. Ich weiß gar nicht, habe ich den Namen schon mal gedroppt? Ich glaube schon. Beziehungsweise haben wir. Warum Together? Oder Forgiver. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber egal. Müsste man jetzt hier nicht nochmal wiederholen. So. Aber bisher geht das eigentlich ganz gut klar. Auf der Strecke. Immer noch nicht wirklich gemütlich. Scheiße. Wenn ich den jetzt noch erwischt. Ich würde sogar sagen, das ist eine der entspanntesten Runden im gesamten Challenge-Teil des Let's Plays. Man fährt einfach gemütlich. Ich wird von nichts abgehalten. Ja. So muss das immer gehen. Was? Fahr doch. Scheiße. Ich wollte nur einmal die Stellung ändern, weil es gerade komplett ungemütlich wurde. Man verkrampft echt schnell. Ich zumindest. Ich bin bei sowas immer sehr empfindlich. Nein. Keine Pilze. Von außen rum muss es sehr ungünstig. Ich glaube, ich fahre jetzt hier in. Bring mir den ersten wieder. Gut. Gerade weil es ja auch das Problem ist, dass ich dann gebremst habe. Wie jetzt auch. Scheißdreck. Weil B natürlich auf der Rückseite ist. Ich hätte es vielleicht mit WeWheel machen sollen. Da ist einhändig nicht das Problem. Zumindest was das Lenken angeht. Wobei, Items muss man ja auch ansetzen. Hm. Nicht unbedingt einfacher. Aber wir können uns hier schön den ersten Platz sichern. Okay. Waren zwar zwei Brams Fails. Ganz einmal gar nicht hier. Dabei. Oh. Schön. Wir können sogar gleich ziehen auf dem ersten. Dann geht es gleich weiter. Aber ich brauche erstmal kurz eine Handpause. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Einmal kurz Verschnaufspause gehabt. Wie halte ich es am besten? Machen wir es so. So. DK ist Bergland. Na, so geht. Gucken, wie es hier wird. Ich weiß gar nicht. Kann man hier den Shortcut mit dem Karten und Automatiksteuerung einfach nehmen? Fuck it. Ist doch keine so gute Idee, so zu halten. Hier hätten wir ja den Stachy-Dodging gekriegt. Damals. Machen wir es wieder so. Ja, ich weiß. Ich mache hier andauernd was anderes, aber irgendwie muss ich halt eine halbwegs angenehme Steuerung dann hinkriegen. Komm, geh in die Luft. Geh in die Luft. Nein! Schade. Powerblöcke sind halt auch unser größter Feind hier. Aber schütteln ist nicht. Sonst muss ich halt von A runter wahrscheinlich und das lohnt sich nicht. Also hoffen wir einfach auf möglichst wenig Powerblöcke. Hier ist natürlich der Shot. Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert, oder? Immerhin werde ich weiter unten rausgelassen. Bra! Natürlich, wir stemmen mich so. Ist klar. Zurückfahren ist jetzt auch nicht so einfach. Deswegen lasse ich es einfach für das Item. Habe ich so untergestoßen? Ja. Sehr schön. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, es ist der mittelschwere Mi-Charakter, wenn ich mich nicht täusche, oder? Dürfte eigentlich. Oh, jetzt Blitzwoll... Nein! Ich hätte sie behalten sollen. Ich hätte sie behalten sollen. Fuck it! Die geht doch in der Kanone automatisch weg. Mh! Bin ich dumm. Hätte ich jetzt dran denken sollen. Okay, nur ein Pilz, leider. Bringen wir jetzt hier nicht ganz so viel. Zum Kugelwildi wäre ganz chillig, aber den kriege ich hier auf den vorderen Plätzen leider nicht. Außer, ich hätte Item Rain an, aber... Nee. Das wäre übertrieben. Man kann es schaffen, man muss aber einmal vom Gas runter. So. Ja, in der letzten Runde lasse ich es dann einfach sein. Gehe ich dann nicht auf Risiko. Tschüss, Mario. Oh, tschüss, Knochen trocken. Sehr schön. Haben wir uns den ersten Platz gesichert wieder. Du musst einfach ganz vorsichtig fahren. Stachis habe ich jetzt auch noch nicht so aktiv wahrgenommen. In dem Cup. Jetzt wollen wir Glück haben, kommt auch keiner mehr. Kann man so einen Stunt machen? Nicht wirklich. Das sah wahrscheinlich jetzt im Video komplett bescheuert aus. Aber was soll's. Sieht das wahrscheinlich eh, wie ich hier gerade fahre. Lol. Die Kleinen machen keinen Schaden, oder wie? Egal. Nein! Was mache ich hier? Ich fabriziere hier gerade komplette Scheiße. Aber, aber, aber... Okay, Knochen trocken nochmal getroffen. Und ich hätte ihn nicht überholen lassen sollen. Also, äh, nach dem Motto, er hätte von anderen überholt werden sollen, aber... Hätte jetzt auch nicht wirklich viel mehr gebracht. Das Leben wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht passiert. So, N64-Pause-Festung ist die letzte Strecke. Dann haben wir die Challenges hinter uns. Dann bin ich mal gespannt, wie es läuft. Das ist halt eine relativ lange Strecke, ist das Problem. Nur verzöge ich halt zwischendurch plus. Mal eine Pause. Könnte man machen. Tue ich aber nicht. Und ich hasse es wirklich sowas von, dass die... Verdammt, Forms immer nur auf die menschlichen Spieler gehen. Ist so richtig nervig im Singleplayer. Ich muss Dritter werden, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, um... Challenge zu schaffen. Als ob. Als ob. Mario! Ich habe ein Geschenk für dich. Yes! Noch rechtzeitig abgeben können. Im Singleplayer geht die Wolke ja klar, aber online ist die wirklich nervig. Vor allem, wenn man sie bekommt, ohne dass ein anderer einen gerammt hat. Das ist halt ein Leck. Kann man manchmal nichts machen. Gott, diese Stimmen sind so cringe. Nein! Ich gehe doch nicht auf den Shortcut. Ist mir jetzt zu riskant. Schade. Hätte ja klappen können. So, komm her. Oh, ich kriege immer nur Scheiß-Atoms. Ich bräuchte mal so einen Red Shell oder so. Die wäre schon ganz nett zwischendurch. Okay. Forms sind zum Glück rechts aufgeschlagen. Und ich kriege nur Scheiße. Aber er ist blöd und lässt sich von den Wumms wegfegen. Sehr gut. Aber wenn wir uns beide hier so vorne absetzen können, wäre es gar nicht schlecht eigentlich. Wie viele Fake-Item-Box ist das jetzt in Folge? Ist doch wirklich Müll. Sehr geil. Wir müssen ja nur Dritter werden. Also Toad kann es auch noch dazu kommen. Dann bin ich eigentlich zufrieden. Lüfte es das gewesen sein. Wenn ich die Punkte noch richtig im Kopf haben sollte. Ach, wir hatten wieder einen Power-Block. Ja, RIP. Ich wollte es versuchen, aber der Winkel hat nicht richtig gestimmt. Egal. Pilze nehmen nach vorne. Dreibeinander sind relativ chillig. Ich muss jetzt halt nichts gedrückt halten. Zum Abwehren. Kleiner Drecks-Cheater. What the fuck? Banan ist doch gegen den Wump. Egal. Und ich fahre gegen die Banane. Wobei, er soll ruhig vorne bleiben. Genau deswegen. Wusse ich zwar nicht, dass hier jetzt genau kommt, aber war mir schon klar, dass irgendwann auch mal wieder eine Blue Shell kommen muss. So einen ganzen Cup ohne Blue Shell, wie wir es mal hatten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, ja, fünfmal hintereinander im Lotto zu gewinnen. Wobei, ja, fünfmal hintereinander im Lotto. Du hast mir lieber als ein Stachifreier Cup. So. Ich spiel zwar nicht, aber mein Vater. Ab und zu mal. Zwar eigentlich Geldverschwendung, aber wenn er meins. Nice. Noch ein Stachifreier. Get fucked. So. Jetzt einfach schön sicher ins Ziel. Perfekt. Hätten wir die Challenge geschafft. Und keiner hat eine einstellige Punktzahl auf dem Board. Hat man auch nicht immer. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es wird noch zwei Parts geben zu den Battle-Modi. Dann war es das aber endgültig. Jo. Hübsche Blitzwolke. Dann sage ich nochmal, ciao. Bis irgendwann mal. Das macht absolut keinen Sinn, weil noch Parts kommen. Hübsche Blitzwolke. Hübsche Blitzwolke. Hübsche Blitzwolke. Hübsche Blitzwolke.